hallo sind wir auch so gern auf dem wasser also ich liebe ja das wasser und ich liebe unser neckar ja unser neckar hier in stuttgart und dafür bringe ich auch so viel zeit wie nur irgendwie möglich und diesen sommer hat sich auf neckarfluss folgendes zugetragen gucke ich da einem opa mit seinem enkel zu ein bisschen er gelauscht der opa hat die landkarte studiert und dann sagt der enkel du opa gibt es eigentlich enten mit orangefarbenen sträufeln sagt der opa glaubt nicht weiß nicht opa gibt es ente mit tragriemen sagt der opa jetzt kann mir nicht oft nerven lieber bis die schöne landschaft auch opa gibt es auch keine ende mit außentaschen sagt der opa natürlich gibt es auch keine ende mit außentaschen euer opa ich glaube nicht dein fotorucksack in der neckar nahe kagelt diese geschichte hat sich in wahrheit auf dem bodensee zu tragen die habe ich die mit freundlicher genehmigung von olaf nägele aus dem buch